Ich habe einen von Leo Astro. Ich bin ein Leutel mitgekündigt. Der ist jetzt 550 Tonnen schwer. Ihr seht ein Flügelbis aber 50. Aber der könnte natürlich noch einiges weiter fliegen. Ja, ja. Der kann 15 Stunden fliegen. Der kann 310'000 Liter Teroseinkach. Aber ich sage dann doch mal etwas über den Flügel. Wie von Lisebanseug sind da. Oh. Aha. Das ist schon interessant. Der Traktor auch. Er hat zwei Besucher im Traktor. Und der muss dann beim Primwerkstatt noch dabei sein.